Moin Moin Shizos, ja ich muss ein kleines Update raushauen und zwar ist ja für heute Abend hier auf diesem Kanal um 20 Uhr geplant Shizogenie, ein etwas größerer Stream und dafür habe ich ja gestern auch schon gestreamt und habe Kulissen gebaut und bin gerade aktuell dabei eigentlich die Sendung hier auf die Beine zu stellen, den Stream für heute Abend. Wer den Stream von gestern nicht gesehen hat, kann gerne nochmal oben auf die Infocard klicken, dort ist das Ganze verlinkt. Aber worum es jetzt geht, ich bin gerade nebenbei hier auf meinen Kanal gegangen und denke so, hä, was denn das da für ein rundes Kanalbild? Das war nicht mein Bild, ja, dieser typische Kopf hier, Schräglage, Brille auf, im Hintergrund orange, türkis, das Bild, was ihr halt von mir kennt. Nein, da war ein anderes Bild drauf, ein schwarz-weiß Bild, irgend so ein dicker, hässiger Typ war drauf zu sehen, Lockenkopf mit irgend so einer komischen Handbewegung vor seinem Gesicht. Das war das Bild. So, und das kann nicht sein, denn ich habe definitiv nichts gemacht und, ähm, also nichts geändert und die Einzigen, die mein Passwort kennen für meinen Kanal, das sind meine Eltern. So, deswegen war als allererstes der Verdacht, ach, das war mein Vater, da hat sich wieder Spaß mit mir erlaubt. Ich habe ihn, äh, gerade kontaktiert und er sagt, er hat da definitiv nichts gemacht. So, dann zweite Idee, okay, morgen ist Halloween, soweit ich weiß, ähm, vielleicht ist das jetzt irgendeiner, hat komplett bei YouTube auf allen Kanälen irgendwie alles gehackt und hat überall sein Bild da reingehauen. Wäre natürlich eine riesen Aktion, ähm, hab mal auf der Startseite von YouTube geguckt, ob irgendwas zu finden ist, ob Leute dort schon irgendwas melden, nichts ist zu sehen. Also wird das nichts Großes sein, sondern Einzelfall, der jetzt gerade aktuell mich betrifft. Ähm, deswegen, weil ich mich da nur ein bisschen hinterklemmen muss, ähm, kann ich das jetzt nicht mal einhalten mit 20 Uhr heute Abend mit dem Streamen. Ich werde versuchen natürlich heute Abend trotzdem zu streamen und ich hoffe, das klappt alles, aber ich kann mich jetzt nicht weiter auf die Show konzentrieren für heute Abend, sondern muss das jetzt erstmal alles abchecken, was da Sache ist. Ähm, und das braucht jetzt ein bisschen Zeit. Deswegen, äh, wir haben es jetzt gleich halb sechs, äh, hier in Realtime, es ist gleich halb sechs. Ähm, ja, ich sag jetzt einfach mal keine Zeit, nimm mir das bitte nicht übel. Ähm, ich nenne jetzt einfach mal keine Zeit, weil ich nicht weiß, wie lange das jetzt dauert, dass ich, äh, das hier geregelt kriege. Ähm, also es soll auf jeden Fall heute Abend stattfinden. Ich nehme jetzt auch erstmal die Erinnerung komplett wieder raus für den heutigen Stream. Ähm, ich würde mich kurzfristig bei euch melden über Discord, über den YouTube-Chat und über die Erinnerung, wenn es denn soweit ist, dass es losgeht, ja. Also, ich hoffe, wir sehen uns heute Abend, da bin ich aber auch davon überzeugt. Nur geht das gerade vor, dass ich nachschaue, wer hat mich da gehackt, beziehungsweise wie gehe ich da jetzt weiter vor. Ähm, ja. Soweit die kleine Information. So, meine Lieben, dann, äh, hab noch einen schönen Abend und, ähm, bis dann, ciao. Outro 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 Untertitelung des ZDF, 2020